Moin Leute, willkommen bei Heidebricks. Heute wird es ein bisschen privater. Yo, und zwar wollte ich euch mal meine Lego-Sammlung oder Sets zeigen, die ich so habe. Und da dachte ich, dann starten wir einfach mal unten im Wohnzimmer, vor der Vitrine, die ihr vielleicht schon ein, zwei Mal gesehen habt. Und ja, hier schon mit dem schönen X-Wing aus so einem Polybag. Ich weiß gar nicht mehr genau, woher ich den hatte und warum der immer noch hier in der Vitrine steht. Egal, ich habe ihn mal aufgebaut. Ja, und dann eben das kleine Pilzmädchen, was uns Julian hat zukommen lassen, in einer Zeit, wo wir ein bisschen Glück brauchten. Und Julian von Multiverse of Brickness, ihr wisst Bescheid. Mein Bro. Genau, und der hat uns ein bisschen Glück gebracht und hat er tatsächlich. Danke dir mal lieber dafür nochmal. Ja, und genau, hier ist unser Schrank. Ich habe jetzt hier auch für die Oma noch ein Pilzmädchen besorgt. Und Hüges Kaffeepot. Kennt das jemand von euch? Ich sage dazu mal next. So, da oben ist ein kleines privates Bild, das haben wir ein bisschen zugedeckt. Dann haben wir hier, auch ganz witzig, die Plattermaschine von meiner Frau das Set, von der lüben John, auch ein kleiner Insider. Als wir hier das Haus gebaut haben, hat meine Frau zu der Rüttelplatte immer Plattermaschine gesagt, weil die alles platt macht. Genau, so. Hier haben wir ein paar Bros. und dann geht es hier unten runter zu der Schmiede. Die habe ich ja, habe ich euch erzählt, dass ich die gebaut habe. Richtig cooles Set auf jeden Fall. Hatte ich lange liegen und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich sie mal bauen. Und bin ja aktuell gerade dabei, den mittelalterlichen Stadtplatz zu bauen. Also, das erste Häuschen habe ich gestern Abend noch fertig gemacht und den Baum. Ja, der Baum ist wieder so ein bisschen, ach, Lego-Bäume, das ist immer so eine Sache. Also, so sieht er ja optisch ganz gut aus, aber das da oben ist mir einfach alles so ein bisschen zu gerade. Der Baum gefällt mir auch nicht so gut, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, da bin ich einfach ein bisschen so. Ja, dann habe ich hier noch den Zerlin. Das war ja aus einem Konvolut. Der passt ja hier eigentlich auch ganz gut rein. Naja, und wie ihr schon seht, da wird jetzt das zweite Haus nicht mehr mit reinpassen. Da muss ich mir ein bisschen was überlegen, wie ich das mache. Und ja, dann habe ich hier weiter unten, habe ich noch für mich bisher das coolste GWP überhaupt. Finde ich richtig gut. Habe ich sofort aufgebaut und seitdem steht es hier auch in der Vitrine zusammen mit dem Buddelschiff. Das finde ich auch richtig super. Genau, das steht eigentlich ein bisschen weiter oben und da sind so ein paar Flaschen, die braucht man jetzt, glaube ich, bei YouTube nicht unbedingt zeigen. Ihr wisst Bescheid, ne, was der Pirat so braucht. Und ja, dann haben wir hier mal noch einen Fake-Lego-Piraten, den ich jetzt schon zweimal gesammelt habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aus dem einen Konvolut habe ich den mal gesammelt. Und da habe ich gesagt, den lass mich einfach mal da stehen. Der ist so wirklich, das ist so richtig, richtig schlechte Qualität. Ja, aber witzig. Der hat hier oben seinen Platz gefunden, warum auch immer. Na, jetzt kriege ich es nicht hin, doch. Genau, so, das wäre das von hier unten. Ja, dann haben wir natürlich hier noch, gut, das zähle ich ja jetzt nicht als meine Sammlung, das Konvolut. Hier haben wir den Karton, da wird auf jeden Fall fleißig weitergebaut. Ja, und dann würde ich sagen, mit dieser schönen Ansicht hier, passt da eigentlich ganz gut rein. Leider ist das Bretten, naja, von hier oben passen die letzten Dinger nicht mehr drauf. Aber dadurch, dass ich die Beleuchtung hier eingebaut habe, kann ich die Bretter leider nicht versetzen. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Gut, Leute, dann schauen wir mal ins Nächste. Ach so, um es zu vervollständigen. Oben auf dem Schrank steht gerade noch die Hälfte vom Pariser Restaurant. Das Set gehört meiner Frau, habe ich ihr mal zu Weihnachten geschenkt, glaube ich. Und ja, da ist sie gerade bei, das zu vervollständigen. Ja, Leute, da steht's. Ich hatte es ja auch schon mal in so einem Short-Video gezeigt. Für mich wirklich das coolste Set, was ich bisher gebaut habe. Als großer Herr-der-Ringe-Fan und Hobbit-Fan. Wahnsinnig detailliert. Coole Bautechniken. Cooler Baum, coole Bäume. Finde ich tatsächlich die auch ganz gut. Die hier sind so ein bisschen mickrig, aber an sich auch ganz cool. Ja, ich hatte mal überlegt, dazu ein Review zu machen. Aber da gibt es andere, die das besser können und schon viel gemacht haben. Und guckt euch das da gerne an. Ich habe das sehr genossen. Ich habe es ein bisschen zu schnell gebaut. Das ist ja immer so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann fängt man an und dann habe ich es wirklich durchgezogen. Ich habe es da zu Weihnachten bekommen. Und ja, habe es dann relativ schnell, immer abends, wenn die Kids geschlafen haben, ein bisschen gebaut. Ja, coole Minifiguren. Dann auch hier diesen Bereich mit dem Baum, das kann man ja theoretisch auch einzeln rausnehmen. Ja, gefällt mir richtig gut. Und dann habe ich es auch noch irgendwie hingekriegt, dass ich das hier bei uns im Schlafzimmer stehen haben kann. Weil wir sonst überhaupt gar keinen Platz dafür haben, wo wir es wirklich komplett hinstellen können, wo man es dann auch mal sieht. Ja, und tatsächlich bin ich auch beim Überlegen, ob ich mir dafür mal so ein Beleuchtungskit hole. Aber für solche großen Sets sind die natürlich auch nicht ganz günstig. Ich glaube, da bist du schon bei 120, 130 Euro oder so. Ja, also wirklich coole, viele coole Details. Wahnsinnig gutes Set. Und ja, das neue Herr-der-Ringer-Set, was dieses Jahr rauskommt, wird natürlich auch sein Weg hierher finden. Ich habe schon gehört, es ist ja der Turm von Sauron, wo zwölf, mindestens zwölf Minifiguren, 80 Zentimeter hoch und 45 Zentimeter breit. Wobei, weiß ich jetzt nicht, sicherlich nicht der ganze Turm, das ist wahrscheinlich der Unterbau oder irgendwie sowas. Ja, sind wir sehr gespannt, was da noch kommt. Jawohl, Leute, hier die Ringe. Also, wenn ihr ein bisschen Platz und ein bisschen Kleingeld habt, holt euch das Ding. Es ist wirklich geil. Und auch das hier oben, das zu bauen, ist nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt. Da hat Lego auch in der Anleitung erklärt, wie man das gerade hinbekommt. Zieht man einfach mit seiner Plate runter und dann funktioniert das. Cool, cool. Jo, dann haben wir hier oben im Flur noch eine schöne Vitrine stehen. Und ja, da habe ich den Langhals von Forbidden, Horizon, Dawn, irgendwas. Hier mit der wirklich richtig coolen Minifigur, Aloy. Das Set ist ja mittlerweile auch EOL. Ich glaube, man kriegt es noch relativ zu einem guten Kurs. Also, ich habe es damals, ich glaube, für 60 Euro geschossen. Das ist auf jeden Fall wert. Ein paar Sticker haben wir dabei, aber richtig cool. Ich habe das Spiel damals auf der Playstation gespielt, aber ich habe da keine Ausdauer für gehabt und habe es leider nicht beendet. Aber das Set finde ich richtig toll. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn da noch ein paar mehr gekommen wären. Auch hier das mit dieser verwitterten Ampel, das ist richtig cool gemacht. Ja, Zero Dawn, Forbidden West, so heißt das. Oder war das der zweite Teil? Ich weiß nicht genau. Ja, davon noch ein paar andere Maschinentiere. Das wäre richtig cool gewesen. Hier habe ich mir tatsächlich auch mal Mox angeguckt bei Rebricable. Vielleicht mache ich da irgendwo nochmal was und setze da nochmal dieses große Vieh mit dazu. Jo, hier in dem zweiten Fach haben wir dann das Stranger Things Set stehen. Upside Down, cooles Set, das habe ich mir tatsächlich über Ebay-Kleinanzeigen mal besorgt. Im gebrauchten Zustand, das war ein bisschen eingestaubt, aber ansonsten wirklich top in Schuss, das war alles dabei. Hier noch ganz witzig tatsächlich, diese Fliese mit dem Kompass, die fehlte mir und dann habe ich den Verkäufer nochmal angeschrieben. Das war hier bei uns in Hamburg. Und dann hat er die tatsächlich noch gefunden, die ist ihm irgendwo zwischengerutscht. Und ja, ich habe das Set kontrolliert, das ist alles komplett. Ich feiere die Serie, fand ich richtig gut. Ich freue mich auf die fünfte Staffel. Ja, gucke ich auch mit meiner Frau zusammen. Die Minifiguren super, der Demogorgon und hier der Dusty. Richtig klasse. Aber ich werde mich von dem Set trennen, ich will das verkaufen. Weil ich mich doch ein bisschen in andere Sets verguckt habe, weil ich schon ein Nein. Also mich auf andere Sets konzentrieren möchte, die ich noch kaufen möchte. Und dafür brauche ich ein bisschen Geld, weil ich halt kein neues Geld jetzt investieren möchte, um mir ein neues Set zu kaufen. Ich habe das jetzt einmal aufgebaut. Der Aufbau ist halt genau das gleiche. Also man baut zweimal das gleiche, halt nur in anderen Farben. Es ist cool gemacht, auf jeden Fall. Coole Idee. Ja, aber das wird auf jeden Fall dann rausgehen. Und da habe ich dann noch ein paar andere Sets, die ich auch verkaufen will. Die zeige ich euch dann auf jeden Fall gleich auch nochmal. Ja, hier unten haben wir noch so einen kleinen Camperbus. So ein 3-in-1-Set. Das habe ich mir einer Frau damals auch irgendwann geschenkt. Soll ja so ein bisschen der VW-Bulli sein. Der steht mit hier drin. Und ganz unten ist es leer. Und hier werde ich dann wahrscheinlich die Mittelalter-Sets dann reinstellen auf längere Zeit, weil das unten einfach nicht so ganz reinpasst. Da kommt dann irgendwie was Kleineres rein. Ja, genau. Das ist dann hier so die Vitrine. Und dann schauen wir jetzt nochmal oben, was da so ist, was gar nicht aufgebaut ist. Aber natürlich auch zur Serie, der Sammlung dazu hört. Hier der Hopper ist auch richtig cool. So, Dachboden kennt ihr ja. Hier haben wir die broffressende Pflanze, die niemals satt wird. Das Mario-Set habe ich ja im Stream gebaut. Und tatsächlich, die Regierung sitzt neben mir. Also ich will ja Sets verkaufen, um mir neue Sets zu kaufen. Und hätte wirklich gerne noch den großen Bowser und auch den Fragezeichenwürfel, bevor die vom Markt gehen. Weil die Mario-Sets mich einfach antriggern gerade. Ja, da kommt ja 25 auch was mit Mario Kart. Mal schauen, was das wird. Gut. So, dann haben wir hier noch gar nicht ausgepackt. Die stillen Gärten. Wollten wir eigentlich im Frühling, ne? Wollten wir das eigentlich aufbauen. Frau hier nickt, vielleicht machen wir das auch nochmal. Und zwar, wenn dann die Mittelalter-Sets hoch waren in die Vitrine, dann kann das, glaube ich, ganz gut unten in die Vitrine und zu uns machen. Jo, und dann haben wir den Jana-Jones. Und Leute, das ist auch wirklich, also nach Bruchteil das zweitbeste Set. Das ist so geil. Ich habe es mit meiner Tochter gebaut. Man hat viele Spielfunktionen. Das Ding, der Ball läuft hier runter. Man kann das Tor runterfallen lassen. Man kann hier über den Graben rüber schwingen. Und hier bricht am Ende auch noch alles zusammen mit dem Lightbrick. Und ja, richtig cool gemacht. Ein paar schicke Prints, leider auch ein paar Sticker. Aber ja, also für Jana-Jones-Fans oder für Abenteuer-Fans, richtig cooles Set. Vier tolle Minifiguren und eine Minifigur, die ein bisschen dünner ist, haben wir auch noch dabei. Also richtig, richtig cool. Ja, hier oben sieht man auch die Minifigur nochmal. Und den Staub ignorieren wir einfach mal. Staub ist wirklich... Ja, gut, das ist ja unser aller Gegner, ne? Gut, dann wird es jetzt ein bisschen winterlich. Auch wenn das ja schon vorbei ist. Aber wir haben vier von den Weihnachtssets. Damit haben wir damals angefangen. Die Feuerwehrwache. Ja, und dann haben wir hier das Elfen-Clubhaus. Die Main Street. Und für mich eigentlich bisher das Beste. Also zumindest, was ich selbst gebaut habe. Besuch vom Weihnachtsmann. Ja, richtig cooles Set. Die bleiben auf jeden Fall in der Sammlung. Da bauen wir im Winter uns immer ein bisschen was in die Vitrine. Jo, und Leute, kauft die Sets nicht, wenn sie erscheinen. Sondern erst ein Jahr später, dann gibt es sie rabattiert. Aber da wisst ihr ja Bescheid. So, jetzt kriegen einige wahrscheinlich Schnappatmung, wie ich denn die Kartons falten kann. Aber platztechnisch lässt sich das einfach nicht anders machen. Genau, das sind unsere Modular Buildings. Eins davon, habe ich ja unten schon erzählt, gehört ja meiner Frau. Die wollen wir aber alle verkaufen jetzt eigentlich. Ich habe die schon öfter auf und wieder abgebaut. Und sehr pfleglich weggepackt. Ich zeige euch jetzt hier auch nur die Kartons. Ja, Stadtleben ist ja jetzt gerade erst rausgegangen. Aber sonst auch echt ein super Set. Schöne, coole Minifiguren. Hier noch mit den alten Gesichtern. Das kleine Baby. Das war immer für unsere Große damals. Die wollte immer mit dem Baby rumspielen. Jo. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Dann haben wir das Pariser Restaurant. Genau, was ich ja meiner Frau zu Weihnachten geschenkt habe. Und sie möchte sich auch gerne was anderes kaufen. Deshalb kommt das dann auch unter den Hammer. Willst du das eigentlich nochmal aufbauen unten? Vielleicht nochmal her. Vielleicht. Vielleicht nochmal aufbauen. Und dann wieder abbauen und dann wird es verkauft. Ja, und dann das Diner, wo ja viele gesagt haben, sie es als Modular nicht so cool finden, weil es irgendwie nicht so in die Timeline passt. Aber ich fand es richtig gut. War ein klasse Set. Ich fand es mit den knalligen Farben auch gut. Und gerade hier diese Bautechnik mit den abgerundeten Fenstern und diesen Dings oben hier. Das gefiel mir sehr gut. So, dann haben wir das Detektivbüro. Haben wir das? Ja, auf jeden Fall auch ein richtig cooles Modular Building hier mit dem Detektiv und der kleinen Geschichte mit dem, ich nenne es mal Kekshandel. Ich weiß nicht, ob Inno da auch irgendwo mit im Boot sitzt. Keine Ahnung, ob das schon die ersten Vorboten waren damals. Ja, auf jeden Fall auch klasse Set. Möchte ich aber auch gerne verkaufen. Ja, und dann haben wir die Brickbank. Richtig cooles Eckgebäude aus der Modular Reihe. Ja, auch gerade von innen, weil es halt bis nach oben hoch geht mit dem großen Kronleuchter. Hier habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon dreimal gebaut. Ja, möchte ich aber auch dann, glaube ich, gerne verkaufen. So, hier habe ich noch ein Set. Das hatte ich gar nicht mehr so richtig auf der Pfanne. Aber das ist ja auch ein kleines Set. Das kann man dann auch ruhig mal, kann man schon mal vergessen, dass man das noch hat. Jo, Ninjago Gardens. Auch richtig cool zu bauen. Ansonsten habe ich aber so für Ninjago nicht so viel über. Jo, jetzt sagt Frau Hingrad, das will ich auch noch mal bauen. Da bin ich mal gespannt. Du weißt schon, das sind über 6.000 Teile, glaube ich, ne? Ja. Schaffst du das? Ja, na klar, na klar. Logisch. Das hat halt eine Plattermaschine unten. Ja, also, cooles Set. Ich habe leider die ersten beiden verpennt. Und ja, weiß ich nicht, ob ich mir, also die anderen werde ich mir nicht zu den horrenden Preisen zulegen. Das mache ich nicht. Aber das bleibt auf jeden Fall dann erstmal da. Das kommt jetzt wieder in den Karton schön rein. Ich habe es einmal aufgebaut. Und wieder ordentlich abgebaut. Ja, dann kann Frau Hingrad sich damit noch ein bisschen beschäftigen. Ja, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite vom Dachboden. Hier habe ich noch einen Schubladenschrank, wo noch mein Lego drin ist. Und da geht es quasi in den Bricklink-Shop. Genau. Und ja, hier in der ersten Schublade befinden sich die Modular Buildings eingetütet. Nach den einzelnen Bauabschnitten sortiert. Und irgendwo habe ich dann auch mal drauf geschrieben, welches Set das ist. Damit ich das natürlich auch wiederfinde. Genau, da unten haben wir die Baseplates und auch die Anleitungen. Ja, das sind dann hier die Modulars drin. Hier haben wir auch noch die winterliche Feuerwache. Genau. So, zweite Schublade. Ja, das haben wir hier gleich als erstes so ein kleines Set. Das habe ich einfach mal gekauft, stand auch in der Vitrine. Oh, vielleicht stelle ich mir das mit auf einen Schreibtisch mal gucken. Ja, dann haben wir hier so kleinere Sets. Hier habe ich einmal die drei Brickheads von Herr der Ringe. Die sind original verpackt. Die werde ich, das ist nicht als Invest gedacht. Die werde ich irgendwann auf jeden Fall mal aufbauen. Da kommt ja dieses Jahr auch noch ein Doppelpack mit Gimli und Legolas. Wurde angekündigt. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Anleitungen. Da können wir einfach mal durchgehen. Das ist, glaube ich, alles schon eingescannt, finde ich. Könnt ihr nochmal versuchen. Ich glaube, ich habe es aber, glaube ich, schon gemacht. Also genau, hier ist das, das ist das Set, das ihr unten schon gesehen habt. Ja, aber ein bisschen Duplo-Eisenbahn für die Kiddies gab es auch mal. Dann kommen wir das kann eigentlich auch mal weg hier. Das habe ich ja schon im Shop hochgeladen. Jo, und dann sind hier immer noch so kleinere Dinger, die ich irgendwo immer mal mitgenommen habe. Das ist tatsächlich sogar auch noch zu hier. Ja gut, das hatten wir ja eben schon gesehen. Hier haben wir dann auch noch ein bisschen Nicht-Lego. So, so Frust-Nano-Blocks oder wie die heißen. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht so schön zum Bauen. Hier haben wir noch einen Brunnen, der ist auch noch zu. Hier war nochmal so, genau, das Set hatte ich auch schon mal gezeigt. Es ist echt teuer geworden, weil es gibt, glaube ich, momentan auch kein Hochzeits-Sets von Lego. Ja, vielleicht biete ich euch das mal bei Glückling an. Wenn jemand heiraten will. Ich glaube, bei uns sind so mittlerweile alle durch. Die haben alle schon geheiratet. Das hatte ich tatsächlich zweimal. Das hatte ich dann, da haben wir dann ein Geschenk draus gebastelt für das Brautpaar. So, hier haben wir noch einen Weihnachtsbaum. Ja, und das kleine Einzige Herr der Regen ist etwas, was ich habe aus der früheren Zeit. Achso, Hobbit. Das habe ich mir irgendwann mal bei kleineren Zeiten gekauft. Ja, das bleibt aber auf jeden Fall auch bei mir. So, jetzt muss ich mal kurz umschwenken. Ja, hier haben wir noch einen GWP. Das hatten wir auch zum Winter schon mal aufgebaut. Das ist da auch noch drin. Ja, den Speed Champion, der steht ja drüben auch. Und dieses Set hier ist tatsächlich auch noch OVP. Stadtbewohner oder so hieß das ja, glaube ich. Da gab es noch ein paar mehr von. Hatte ich mir damals gekauft. Ich habe euch ja das Mock gezeigt. Verlinke ich euch hier nochmal. Was ich wieder abgebaut habe hier auch wegen dem Mountainbiker. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, ist jetzt immer noch zu. Liegt ja ganz gut da unten. Bleibt erstmal da. Ist auch teuer geworden. Liegt man so auch in der Art nicht mehr. Genau. So, das kommt alles wieder da rein. Und dann gucken wir nochmal in die nächste Schublade. Ja, jetzt wird es alles ein bisschen wuselig. Vielleicht sortiere ich da erstmal durch. Jo, so hier haben wir Dom Charger. Der steht ja drüben auch. Habt ihr auch schon gesehen. Hier das Indiana Jones Set. Das habe ich auch drüben im Shop noch stehen. Und hier auch wirklich ein richtig cooles Winter Set noch. Das ist da auch drin. Das haben wir dieses Jahr gar nicht aufgebaut. Also letztes Jahr gar nicht aufgebaut. Aber dieses Jahr kommt das auf jeden Fall wieder dazu. Und hier haben wir dann, das holen wir dann zum Geburtstag auch immer raus, dieses Geburtstag Set, wo man vorne die Torte hat, wo der Kollege rausspringt hier und man vorne die Nummern immer enttauschen kann. Das kriegt immer jeder zum Geburtstag. Jo, hier haben wir noch Kleinteile Gedöns. Achso, hier haben wir den Schneemann, von dem ich eben gesprochen habe. Also, ich baue ja wirklich gerne Klemmbausteine. Aber diese Dinger nicht. Das ist mir einfach zu vollerlich. Und ich finde es sieht auch nicht so schön aus. Naja. Bleibt er da drin. Achso, dann hatte ich hier noch einen Haufen Baseplates. Gebrauchte und auch noch neue. In vielen verschiedenen Farben. Kleine und große. Ich weiß gar nicht, wo die alle zugehören. Kann sein, dass ein, zwei noch zu den Modulars gehören. Ein paar hatte ich auch so mal geholt. Auch für das Mock natürlich. Jo, aber die werden ja auch nicht schlecht. So, was haben wir hier unten noch? Hier haben wir noch zwei, drei Speed Champions stehen. Ich glaube, es sind also zwei. Diesen Teil ist irgendwo abgefallen. Ich habe keine Ahnung, wozu das gehört. Also, bei denen passt es irgendwie nicht ran. Da ist alles da. Oder? Bist du jetzt zu doof? Gibt es da hinten ran? Ich glaube nicht. Dem auch nicht. Naja, egal. Ja, und dann sind hier noch ganz viele Minifiguren-Serien. Die hole ich jetzt aber nicht alle raus. Ein paar sind komplett. Ein paar habe ich nur ein paar einzelne. Die habe ich dann damals gekauft, um hier die Modulars ein bisschen aufzupimpen. Vielleicht setze ich die nach und nach auch zum Teil mal rein. Mal gucken. Hier noch so ein bisschen Disney. Ja, die Serie haben wir auf jeden Fall auch komplett. Genau. Hier haben wir nochmal das Eichelmännchen. Die beiden Figuren hier, die passen auf jeden Fall auch gut in die mittelalterlichen Settings. Die kommen dann vielleicht mit unten in die Vitrine. Ja. Genau. Dann haben wir hier noch, ja, nochmal so ein Stadtbewohner-Set. Das ist auch komplett. Das hatte ich aber aufgebaut. Das war zum Teil mit in den Mock intrigiert. Ja, und hier habe ich noch die Steine, die ich jetzt bestellt habe. Die ich ja für das Piraten-Mock nehmen wollte. Was gerade irgendwie auch noch nicht weitergegangen ist. Jo Leute, das war das von der Seite. Und dann gehen wir nochmal rüber. Ja, was sich alles noch so ansammelt. Dann habe ich hier noch ein paar Star Wars-Sets, die alle noch original verpackt sind. Den habe ich mal im guten Angebot gekriegt, unter 40 Euro. Hatte ich eine Zeit auch mal überlegt, ob ich die mir alle nochmal besorge, die es so gibt. Aber ich sage, nee, es sind einfach zu viele. Und wohin dann damit? Naja, aber den habe ich jetzt hier. Und der steht hier. Genau. Dann habe ich hier noch ein paar EOL-Sets. Ich weiß gar nicht, ob das schon EOL ist. Alle davon sind nicht EOL. Aber ich glaube, das schon. Genau, dann habe ich hier noch von der Diorama-Collection den Trench Run, hieß das glaube ich. Genau. Dann den Thronsaal. Den habe ich auch zweimal ausgepartet. Den habe ich damals dreimal gekauft, im guten Angebot. Einmal habe ich ihn zugelassen. Da war auch die Idee, ob ich die mir vielleicht alle einmal besorge, um sie für mich zu haben. Bin ich mir auch noch nicht so sicher. Die Müllpresse habe ich zweimal. Die habe ich auch noch zu einem wirklich guten Preis gekriegt. Knapp über 60 Euro, 62 Euro oder sowas glaube ich. Damals, genau. Die sind auch beide noch zu. Ja, dann habe ich irgendwann bei Lego mal bestellt. Und fünf Brickheads zum Auffüllen genommen. Die sind auch noch alle zu. Einer davon ist leider ein bisschen angeditscht. Ein Karton. Ja, der hier. Genau, da war das Paket auch nicht so gut. Habe ich hier auch ein Video dazu gemacht. Die sind tatsächlich sogar bei mir bei Bricklink drin, die vier. Dürft ihr gerne kaufen. Genau, und der eine, der aber nicht, weil mir der Karton zu kaputt ist. Ja, dann habe ich hier zweimal das Weihnachtsdiorama von Star Wars, was es letztes Jahr im Dezember gab. Habe ich jetzt auch noch nicht weiter behandelt. Wird irgendwann mal verkauft. Und genau, und den Republic Fighter Tank habe ich auch zweimal. Der ist auch noch zu. Den lasse ich mir auf jeden Fall auch noch ein bisschen liegen. Das war so ein bisschen so die Überlegung, ein bisschen als Investor zu machen. Aber da habe ich gemerkt, Bricklink und Investor, alles gleichzeitig und noch Familie, da ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber die Sachen habe ich jetzt, wären ja nicht schlecht. Ja, dann hat meine Frau hier noch den Adventskalender von 2023 ist der, glaube ich, für den Zehner geschossen bei uns im Kaufhaus. Das war ja schon im Januar, glaube ich. Ja, den haben wir noch mitgenommen, ist auch noch zu. Vielleicht kriegt die Große den dieses Jahr. Zum Glück ist er ja nicht mit einer Nummer gebrandet und den Kids ist das sowieso egal. Dann kann sie den aufmachen. Oder der wird irgendwann mal ausgepartet, muss ich mal gucken. So, jetzt habe ich noch ein paar GWPs, dann sind wir auch durch. Häuft sich dann doch ganz schön was an. Ja, haben wir hier einmal den Majestus Workshop. Habe ich auch noch nicht aufgebaut, da bin ich mir auch immer noch nicht so sicher, was ich mit den GWPs mache. Ob ich die dann mal aufbaue oder nicht. Dann haben wir hier diese kleine Pirateninsel. Die fühle ich natürlich richtig klasse. Ja. Ist immer so ein kleiner Snack, kann man abends mal schnell aufbauen. Für den Livestream sind die Dinger leider zu klein. Ja, und vielleicht behalte ich sie aber auch einfach erstmal noch und packe sie irgendwann in den Shop. Und ihr könnt sie kaufen. Mal gucken. Ja, den kleinen Blumenladen haben wir. Achso, da habe ich das. Das eine Häuser der Welten Set steht doch auch irgendwo noch hier rum. Ja, weiß ich gerade nicht. Finde ich aber eigentlich auch immer ganz witzig, die Dinger. Häuser der Welten waren mir aber viel zu teuer mit 250 Euro Warenwert. Das hat sich nicht gelohnt und die sind auch bei Ebay nicht wirklich günstig geworden. Deshalb habe ich mir die nicht geholt. Sowas kann man ja auch immer ganz nett in die Vitrine stellen. Ja, den haben wir jetzt auch erstmal mal zu. Dann gab es hier zum Valentinstag ein kleines Set. Ja, wenn ich irgendwann mal Pluspunkte sammeln muss bei meiner Frau, dann kriegt ihr das. Reicht nicht, ne? Ein Set. Leute, wir machen doch nur Spaß. Ja, und genau, das gab es dann hier irgendwann letztens auch nochmal. Ich glaube, das war auch mit dem Code über Pomo Bricks oder Storm Wars. Das werde ich irgendwann auf jeden Fall mal aufbauen und ein bisschen mit rumspielen, wenn die Zeit soweit ist. Gut Leute, ich glaube, dann sind wir durch. Es hat sich ganz schön was angehäuft hier in der letzten Zeit. Hier unterm Tisch haben wir natürlich noch die gebrauchten Sets aus den Konvoluten, die ja dann irgendwie theoretisch auch in meine Sammlung gehören. Da hinten in denen sind auch noch Modular Buildings drin. Da haben wir durch den Karton von der Schmiede. Ja, und dann natürlich hier euren Kram. Theoretisch. Ah, Moment, eins habe ich vergessen. Haha, das habe ich auch noch nicht aufgebaut. Das dritte Indiana Jones Set aus der Reihe damals. Was heißt, damals gibt es ja auch immer noch. Genau. So, damit würde ich sagen, haben wir es. Ja, hier sind nur Klöterkram drin. Bisschen Konvolutgedöns. Und ja Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt mich gerne an, wenn ihr eins von den Modulars, wenn ihr vielleicht Interesse habt. Vielleicht können wir ja auch einen Deal machen. Ja, die werden auf jeden Fall veräußert, damit ich mir schönes neues Lego kaufen kann. Ich hatte viel Spaß mit den Sets. Und jetzt darf jemand anderes damit Spaß haben. Und wir besorgen uns was Neues. Gut Leute, guckt gerne noch eines meiner Videos. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.